und herzlich willkommen zu folge 56 in meinem direwolf minecraft projekt ja ihr seht schon ich habe paar barrels weniger und ihr seht noch was anderes ich habe hier was orangenes ja was ist da passiert kann ich ganz einfach erklären ich habe mal probiert mit diesem herzcontainer mal damals in dem ich glaube in feed the beast 1 4 7er version gab es so eine option hier dass man wechseln konnte und dann sein herzcontainer reinsetzen konnte sprich hier wenn ich jetzt hier herz eingebe dann kommt es auch gleich da ist es den herzkanister den konnte man nehmen wie gesagt kommen kann man so kräften hier habe ich schon mal vorgecraftet konnte man dann nehmen und dann halt in seinen weiteren slot hier reinsetzen ja ich dachte so was machst du damit probierst du mal was aus shift etc rechtsklick ja ist dann auch wohl geschehen mit rechtsklick deswegen habe ich jetzt ein herz und mehr und mein herz was ich hier drin hatte glaube in diesem slot war das dieses hier habe ich dann auch weggeschmissen beziehungsweise habe ich ja dann vercraftet und nun habe ich jetzt ein weiteres herz des weiteren habe ich diesen bug entfernt es war wirklich ein grafik bug diese diese slabs hier die waren immer noch vorhanden das problem ist sie waren nicht aktualisiert und sie konnten auch durch keine block aktualisierung wieder hergestellt werden das heißt ich musste wieder einen block hinsetzen also so ein block hinsetzen den abreißen und dann konnte ich den original block wieder hinsetzen also so einen vollen block dann ist es anscheinend wieder gegangen dann habe ich mal geguckt oh wie kannst du das mit dem computer kraft ändern ist es anscheinend wurden dieser version so komischen grafik bug wenn ich jetzt hier computer eingebe da kommt da gibt es ja diesen bug der verschwindet aber wenn man den monitor beschriftet beziehungsweise wenn man den ein programm zuweist dann habe ich das hier vorne noch irgendwie hinbekommen weil hier war auf einmal die tankanzeige nicht mehr da hat nicht mehr die flüssigkeit angezeigt was drin war dann war hier vorne ja auch ein feld das ging glaube ich bis hier genau bis hier und hier vorne die strecke das gleiche ist dann auch passiert hier habe ich dann volle blöcke reingesetzt ich will hoffen dass das jetzt auch weg ist endlich sonst muss ich den ganzen boden auch als volle blöcke einsetzen was natürlich ein schade wäre von daher dann als weitere funktion diese schmetterlinge ich weiß nicht warum diese nicht auftauchen weil die werden mir sehr wichtig allein für die bäume zum züchten andererseits auch dass ich halt schmetterlinge schon mal sammeln und später für einen riesen kuppel baue aber ich finde diese schmetterlinge nicht auf dem radar werden es angezeigt wenn ich die rumwerfe beziehungsweise im kreativ modus die hier frei lassen aber sonst sind sie nicht hier aktiv 10 mittlerweile aber sonst wie gesagt ist nichts hier los so ich habe mir jetzt aber erstmal belegt wir füllen gleich die barrels beziehungsweise wir fangen erstmal an dem dorf wieder paar samen hier weg zu holen der grund ist dafür dass ich passiv brauche für unten für den befeuchter damit wir ein bisschen mulch mehr rausbekommen und ich glaube die anlage hat nämlich angehalten wie ich vermute mal und dann muss ich auch gleich eine weitere sache gucken ob das auch wieder rückgängig gemacht worden ist so was bist du jetzt für einer du bist ein bienenmann ne du kommst rein und raus gut ich weiß jetzt nicht wie die jetzt hier rumgucken überall aber das wäre das einzige haus wo sie rein und raus können ja dann kann ich nämlich auch sagen kommen wir machen das hier zu und machen hier vielleicht noch offen dann können sie vielleicht noch mal durchlatschen oder so kann ich dich denn hier eigentlich bewegen komm mal her sei mal so beliebt und komm mal hier hin so und jetzt wenn wir mal eben hier doch wenn so was dass ich ein bisschen futter wieder habe ich habe eigentlich ein bisschen futter habe ich ja noch eine inventartasche und dann spiele ich auch eigentlich auch friedlich damit ich ein bisschen kräften kann und so was ich könnte natürlich auch die monsters anschalten aber dazu müsste ich eigentlich auch das dorf erst fertig machen halt so wie ich das gerne haben möchte beziehungsweise ein paar dinge abreißen und richtig machen hier aber ja lassen wir erst mal gleich stehen und schauen ob das gleich schon mache im angriff nehmen so langsam in diese hunderter folgen reinrutsche damit aber erst mal hier die samen holen weil es ja viel passiert hier muss ja viel passiert werden allein von den wegen von den häusern die müssen ja alles ausgeleuchtet werden vielleicht eine grundmauer rein eisen golem oder sowas muss ja wenn alles rein damit halt die villager nicht immer drauf gehen bei wir sind einfach alles ab hier so ein stack brauche ich auf jeden fall für mich gleich damit ich hier wieder da unten was reinstecken kann und den rest muss ich einfach anpflanzen hier was ich noch so kriege jetzt wundert mich was ist denn da unten los ach da unten ist das okay da ist eine hülle da will ich aber nicht rein so vielleicht werden wir auch die felder noch ein bisschen umsetzen oder so ich weiß es noch nicht ganz genau weil das wird auf jeden fall länger dauern das werden vielleicht zehn zwanzig folgen werden wenn das immer so zehn minuten part sind so wie ich sonst immer habe wird das wohl geschehen so so weil ich will auch nicht alle dörfer behalten das heißt hier hinten so die hinteren werden vielleicht verschwinden und dann werden halt die anderen gebäude die oben stehen halt runter gesetzt und verbessert beziehungsweise in dem gleichen stil aufgebaut wieder damit da kein umkram entsteht oder ich setze halt die ganzen häuser hier runter ich kann das mit den händen jetzt natürlich euch nicht zeigen also hier in diese richtung runter da muss ich aber mal schauen wie ich das wirklich mache weil hier wäre ja platz dafür so die felder sind alle okay okay das passt weil ich guck mal gerade hier ja das wären eigentlich diese häuser die ich alle abreißen müsste bzw. verbessern müsste und dann wäre es eigentlich besser und vom gedanken her dass diese häuser erstmal in beschlag genommen werden hier vorne die sprich die einzel drei häuser und den doppelhaus hier und wir das dann hier passend hier beleuchten so erstmal hier hier vielleicht ne warte mal die sitzen wir mal ah da sitzt schon fuck okay dann sitzen wir hier noch einen hallo schäfchen so da dann hier noch paar fackeln hinsetzen da muss ich meinen erdblock weg na hühnchen was ist mit dir denn los so hier der garten weg so damit auch kein monster oder sowas hier rüberspringen kann gleich direkt hier alles abschlagen ah das fangen wir jetzt mit an hab ich denn mal genäht oh ich hab nix mehr im inventarplatz freimäßig das kriegen wir doch hin da dran soll es doch nicht scheitern der keystack kann meinetwegen erstmal hier hin wollen wir gleich auf jeden fall stack erde stack ähm ja so stacks erde stack göbel und sowas damit das wieder funktioniert hier also dass dann hier halt diese dörfer erstmal nicht bzw. die häuser von den dörfern nicht beschlagnahmt werden das dauert aber im moment erstmal irgendwie mit dem keller large hin aber ich sehe von der uhr bzw. von der sonne aus schon wieder dass die voll gleichzeit ist das ist ja schrecklich so jo das funktioniert auch wieder ich hatte nämlich auch im back hier dass das wasser irgendwie gelb war gelb manchmal orange das war halt immer schrecklich so das ist schon fertig dann tun wir uns zack davon rein so zack so sollte das jetzt eigentlich passen ja lass mir laufen dann haben wir hier mulch der kommt hier rein dann hab ich noch einen stack oder hab ich jetzt nur jeweils ein paar rausgenommen dann machen wir so halt nimm mal das zweite stack gleich mit dankeschön da kommt jetzt aber noch keine wetstone cell dran da soll erstmal die eine ein bisschen noch mehr laden in der zeit momentan brauche ich keine energie erstmal und wir versuchen komm mal her Kuhliebe Kuhliebe du noch du noch du noch du noch so habt euch lieb liebet und vermehret euch mehr gibt es nicht mehr habe ich nicht Samen hier ist alles voll wieder das ist auch eigentlich mein Bedenken dass ich das hier weg haben wollte dass hier uns den Thron und sowas voll werden aber was soll man dazu sagen noch oh warte mal den behalte ich vielleicht noch das kann weg das kann weg ne das lassen wir mal ne dafür habe ich ja eigentlich den Diamant Drill das Schwert behalte ich und dann tue ich hier schon mal ein paar Stacks davon rein bisschen Gravel hier auch schon rausnehmen da ist auch noch Gravel dass ich schon mal so einzeln wieder was rausnehme irgendwo vielleicht ein Stack Cobblestone und Kies 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 das brauche ich alles vielleicht noch ein paar Erde Stacks und Kies noch irgendwo her haben was fehlt denn da für eine Textur ach nö da fehlt jetzt die nächste Textur oder was ja da muss ich auch wieder nachschauen vielleicht kriege ich es hin dass sie wieder original wird vielleicht auch nicht wenn sie sagen wo die herkommt mal schauen Wasser Wann Flamme Rückstoß Rückstoß ne gut dann ist auch wieder die Folge zu Ende ja ich latsch mal schnell zurück hier leg mich vors Bett und dann sehen wir uns gleich und Tschüssinn